Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wird es auch ein kurzes Video. Ich muss mal schauen, was ich alles filmen kann. Und zwar gehen wir heute zum Bobbik, um ihn zu füllen. Und ja, er steht nicht mehr bei seinem Züchter, sondern ist auf der Hengstweide. Und die ist in Lölloklen und wir wissen noch nicht so genau, ob wir das finden. Und sie machen so Regen, da können wir nicht ganz so viel filmen. Aber ich habe halt gedacht, ich mache so ein kleines Video. Und hoffe, ich kann euch möglichst viele zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020